Jeden M-Blocker-Milgie, das sag ich Und noch ein Follipull, pass auf Okay, kannst du nix machen Sauber Support es mal, please Ich treff ihn halt einfach und er schafft 2er Blocker-Milgie Als ob so randoms 2er Blocker-Milgie schaffen Äh You can't take it back, no I've got so much left to say But I'll take no words and walk away D-R-A, was auch immer das ist Verdammt nach dem Eisladen Nee, hä? Normaler Junge, das ist ja mal ne komplette Eisladen WMF, handle x, äh, du kannst nicht enden Junge, wenn die nicht hacken Wie heißt du? Ich hab, äh, du kannst nicht enden Ich enden konnte Dangerous, but it's so fun Runnin', runnin', no Hold on, don't let go Runnin', runnin', no Keep runnin', no Runnin', no, keep runnin' Runnin', no, keep runnin' Runnin', no, keep runnin' Dangerous, but it's so fun Wo hast du ne, Leo? Ich bin 12-0 Rotdown, unter anderem Rauchdown Gott, sind die dumm! Ja, wie viel Elon? Äh, 1000 Die hacken aber nicht, oder? Keine Ahnung Die hacken auf jeden Fall nicht obvielst Aber Wahrscheinlich sind die trotzdem Also die hacken locker Aber sind halt scheiße Also ich hab jetzt kein Rap Weil ich nicht genug kommt Ja, aber oben ist komplett safe Pass auf Ausnah Ich kann eh nicht Ich könnte nur noch zwei Blöcke Und ich wäre ne volle Gruppe Aber sind auf jeden Fall Keine wie aus Amnesty Die wenigstens so ein bisschen was drauf haben Ich kann aber gar nichts Die Typen Und lass einfach beide rein, ja? Auf den hinteren da unten Und lass einfach beide rein, ja? Jetzt der Bunker und die Nocken Ja, eine Ja, go down Noch Ich hab den anderen noch frei Anderer auch noch down Er wird hier unten geschafft Er wird hier unten geschafft Und ich treff ihn halt noch Und dann schafft er trotzdem, Alter Oh, du kannst direkt Du kannst halt aufbauen Keiner zwei Der andere ein Ein Schwein habe ich es ansonsten Loh, leck Ampelt ab Andere können wir halt direkt Hits geben Und dann ist der Punkt Ist der Punkt jetzt down von dem oder nicht? Ich würd dann nämlich erstmal Endo G Mitte machen Weil ich denk der wird das recht Ja, einer ist schon Mitte Weiß ich nicht, ob der da mal ist Ah, der kommt aber nicht Du hast keine Blöcke mehr Soll ich auch Endo G mit rein? Der andere ist Wollett Ja Ey, lass mich mal wieder Mitte setzen Ich hab da echt Bock drauf Ja, okay Ich hab ne E-Chess dabei Wenn du den gekillt hast Komm mit runter Einer ist noch Mitte Da sind nur drei Bays Baut mir direkt 140er Bays Also 140er Fightbase Ja Weil die haben doch nicht unten gefreundet Direkt an 13er machen Ja, try den andere Bows Ich probier den mit da unten zu sehen Ja, dann muss man nicht überhaupt was kriegen, oder? Ne, das sind zwei Volle Bows im Bett Oh, die haben 9 Bows Er hat eine FC gedroppt Da in Vodafone gemacht Ja, in der 2nd Bow gemacht Ich bau die unter Side-Pills 140 bis X-20 Ja Echt auch auf Hazard? Ja Okay Dann wärs gut, wenn der mir Aber nach links Nach links war das in Ordnung Oder nach rechts? Nach links Also du wirst abgeschossen Versuch den bisschen zu Okay Der nächste der verreckt Gib mir einfach bisschen stuff in die EC bitte Jo Ja Ja, also Wenn du jetzt auf 118 oder so hast Dann ist auch mal egal Oh Erstmal hier Bisschen die Pisse anschauen Alter Geil Du bist jetzt schon ein 1,90er Schlinge Jungs Habt mich nicht JEFF ctor Dann Alle Dzieng Marla Die kid Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.